Totsicher wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Hallo Freunde des Makabren, mein Name ist Freddy Krüger. Und ich bin Baby Firefly. Und wir sind Totsicher in Halloween-Stimmung. Ein neuer Oktober-Sonntag, eine neue Folge von mir. Hi, ich bin Paula. Und ich habe herausgefunden, durch meinen Physiotherapeuten, dass anscheinend mein Kiefer so angestrengt ist, dass ich immer sehr seltsam rede und mich keine Sau versteht. Ist euch das auch schon mal so gegangen? Ich glaube schon. Ich habe dir gesagt, ich verschreibe dir Physiotherapie, aber... Nein. Ja, ich möchte ja, aber dafür müsste ich da rausfahren, wo du arbeitest. Und das ist weit. So weit ist das gar nicht. Doch, nach der Arbeit schon. Nein, 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 nein. Aber ich versuche diesmal ein bisschen deutlicher zu sprechen, damit ihr mich alle versteht. Und ich hoffe, ich klinge heute auch nicht mehr wie unter einer Kuhglocke. Nein, du bist nicht der Paula Squarepants. TM. Dann fange ich jetzt doch gleich mal an mit unserer neuesten Folge und wünsche euch dabei viel Spaß oder so. Spaß kann man dabei nicht haben, aber ich hoffe, es ist interessant für euch und für dich, Mika. Wir sind alle gespannt. Okay. In den frühen Morgenstunden des 31. Oktober 2012 wurde die 24-jährige Rebecca Jane Gay ermordet. Es würde nicht lange dauern, bis ihr Mörder dingfest gemacht wird. Es war ihr Nachbar, der Pastor und bald Stiefvater John Douglas White. Nicht zu verwechseln mit John Douglas, der für das FBI Profiling erfunden hat. Aber Rebecca war nicht sein einziges Opfer. Oh. Ja. John Douglas White wurde am 20. Mai 1957 geboren, aber über seine Kindheit ist nicht wirklich was gepannt. Gepannt. Bekannt. Ich habe wirklich eigentlich nichts zu seiner... Also John Douglas White ist so unbekannt für uns, dass er nicht mal einen Wikipedia-Eintrag hat. Ja. Okay. Das ist krass. Nicht, dass ich Wikipedia recherchieren würde. Nein. An dieser Stelle ein kleiner Applaus für Paula, dass sie sich die Mühe gemacht hat, zu diesem Fall so viel zu recherchieren. Oh. Go, Paula. Ich bin so viele Artikel durchgegangen, du glaubst es gar nicht. Und in jedem stand ungefähr dasselbe. Gefühlt. Es waren sehr viele. Auf jeden Fall. Das erste Mal, dass wir was von John White hören, ist 1980, als er 22 Jahre alt war, verheiratet. Und in Battle Creek gelebt hat. Der Typ war schon immer ein bisschen komisch, aber an einem Tag hat er seine damals 17-jährige Nachbarin Theresa Aetherton, die später dann Theresa Morris hieß, nach ihrer Hochzeit, in seinen Keller eingeladen, um sich seine Rennbahn anzuschauen. Was man eben halt so macht. So, hey, magst du nicht in meinen Keller kommen und dir meine Rennbahn anschauen? Und sie so... Das waren die 80er. Natürlich. Ja, okay, stimmt. Boah, zeig mir deine Karrieres. Das ist lustig. Was jetzt kommt, ist nicht lustig. Oh, mir schwart fürchterlich ist. Als er sie da hatte, wo er sie wollte, fing er an, auf sie einzustechen. What the ffff? Okay, das eskalierte schnell. Ja. Der erste Stich kam von hinten und landete unter ihrem rechten Schulterblatt. Er hat weiter zugestochen, insgesamt 15 Mal, und dabei gelächelt. War der sauer? Ich hab keine Ahnung. Er war... Hat er Aggressionsprobleme? Äh, nicht wirklich. Hat auch er einen verspannten Kiefer. Hm, vermutlich. Theresa Morris, die glücklicherweise überlebt hat... Ja, Gott sei Dank. ...erinnert sich. Zitat. Er wischte meinen Mund ab und küsste mich und hielt meine Hand und sagte, du wirst jetzt sterben. Zitat Ende. Sie erinnert sich weiter. Zitat. Er sagt, es tut mir wirklich leid, dass du so sterben musst. Er sagte, aber was soll's, du bist nur eine Frau. Zitat Ende. Oh, okay. Also da denkst du dir schon so, ja, sympathischer Typ. Auf jeden Fall, coole Socke, würde ich auf jeden Fall befrienden und sowas. Klar, los, BFF. Eine Jury hat White wegen versuchtem Mord verurteilt und er hat sich entschuldigt und um Hilfe statt Gefängnis gebeten. Er sagte zum Richter, Zitat, ich hörte nicht auf die Leute, die versuchten mir zu sagen, dass ich ein Problem habe, aber jetzt realisiere ich es. Zitat Ende. Spoiler Alert. Er hat es nicht realisiert. Doch, doch, ganz bestimmt, in diesem Moment. Der Amtsrichter von Calhoun County, Paul Nicolich, sagte zu White während der Urteilsverkündung Folgendes. Zitat. Nur durch die pure Gnade Gottes oder was auch immer ist das Opfer in diesem Fall immer noch am Leben. Zitat Ende. Genau dieser Richter verurteilte ihn zu fünf bis zehn Jahren Gefängnis und hat empfohlen, dass White psychologische Beratung im Knast bekommt. Theresa Morris sagte dazu, Zitat, sie schickten ihn weg und sie ließen mich allein. Sie haben mir versprochen, dass er nie wieder jemanden verletzen würde. Zitat Ende. Well, that was a lie. Ja, definitiv. Theresa wusste aber nicht, dass White die gerichtliche Entscheidung angefochten und gewonnen hatte, weil er behauptete, dass sein Anwalt einen Fehler gemacht hat, indem er keine Schuldunfähigkeit erhoben hat. Das hatte aber einen Grund, weil das lag daran, dass der Verteidiger James Tompert von Whites Vater bezahlt worden ist und der keinen Bock hatte, 1000 Dollar oder sogar mehr für ein unabhängiges psychiatrisches Gutachten zu bezahlen, das nötig war, um eine Unzurechnungsfähigkeit zu behaupten. White hat aber behauptet, er hätte, Zitat, partielle Amnesie, Zitat Ende, also hob das staatliche Berufungsgericht das Urteil der Geschworenen auf und stellte den Fall zurück. Klingt nach 1a Polizeiarbeit. Absolut. Die Berufungsrichter haben dazu Folgendes geschrieben. Zitat. Hauptverteidiger war mehr um die Wünsche des Vaters des Angeklagten besorgt, welche ihn beauftragt hatte, als um das Wohl seines Klienten, Zitat Ende. Wo ich mir denke, gut gemacht, James Tompert, aber schlecht gemacht, Bundesstaat Michigan. Ach, Quatsch. Das klingt bis jetzt alles sehr, ähm, mach weiter. Ja, what's up. Anstatt einen neuen Prozess hat White einen Deal bekommen. Zwei Jahre Bewährung und kein Gefängnisaufenthalt, solange er sich in psychiatrischer Behandlung befand. Theresa Morris sagt, dass sie nichts von dem Deal gewusst hat. Und einige Jahre später stand die Frau im Auswärtigen Amt, glaube ich. Also die Quelle war auf Englisch, aber nachdem ich gegoogelt habe, was das heißt, also Department of State heißt Außenministerium. Aber ich wüsste nicht, warum sie da wäre. Aber, naja. Denkt euch einfach mal im Auswärtigen Amt oder im Außenministerium oder sowas. Auf jeden Fall. Aber ist das nicht irgendwie was für den Bundesstaat zuständig? Ja, ich weiß, also ich kenne mich halt mit dem Amtsystem in Amerika nicht aus, deshalb habe ich versucht, das so weit wie möglich zu übersetzen, wie es Sinn ergibt. Naja, wenn du es googelst, dann kommt ihr raus, äh. Außenministerium. Außenministerium. Ja, aber es macht irgendwie keinen Sinn, warum sie da ist, aber gut, egal. Auf jeden Fall. Keine Ahnung. Zitat. Ich stand in der Schlange und hörte seine Stimme. Und ich hatte diese Stimme fast jeden Tag in meinem Kopf gehört. Ich drehte mich um und er lächelte einfach nur. Zitat Ende. Voll nicht Psycho. Jetzt stell dir mal vor, der Typ, der dich 15 Mal abgestochen hat und von dem du dachtest, dass er im Gefängnis sitzt, steht plötzlich in der Schlange hinter dir und lächelt dich einfach nur an. Ich würde einfach explodieren. Irgendwas, irgendwas, zurück einstechen auf ihn? Mitten im Auswärtigen Amt? Ja. Der Verteidiger in dem Fall ist im Jahr 2012 verstorben und auch der Richter, der den Vorsitz hatte, ist schon nicht mehr unter den Lebenden. Der Staatsanwalt Conrad Sint, der dem Plea-Deal zugestimmt hat, ist jetzt ein Richter oder zum damaligen Zeitpunkt von dem Artikel, ein Richter in Callum County und sagt, er würde sich nur noch vage an den Fall erinnern. Zitat. Unter den heutigen Richtlinien wäre sie, die Bewährung, undenkbar. Zitat Ende. Er hat außerdem noch erwähnt, dass es möglich ist, dass sie dem Plea-Deal nur zugestimmt haben, weil sie Angst hatten, dass White seine Unzurechnungsfähigkeit zugesprochen kriegt und dadurch kein Prozess stattfinden kann. Das Ganze war auch einige Jahre vor dem sogenannten Victims' Rights Act. Und ich erzähle euch jetzt mal kurz und dir, was das ist. Der Crime Victims' Rights Act oder auch CVRA gibt den Opfern von bundestrafrechtlichen Fällen folgende acht Rechte. Das Recht, vernünftig vor dem Angeklagten beschützt zu werden. Das Recht, vernünftig, akkurat und rechtzeitig von jedem öffentlichen Gerichtsverfahren, Berufungsverfahren, welches das Verbrechen einschließt, oder der Freilassung oder dem Entkommen des Angeklagten in Kenntnis gesetzt zu werden. Okay. Das Recht, nicht von einem solchen öffentlichen Gerichtsverfahren ausgeschlossen zu werden, außer das Gericht entscheidet, nach dem Erhalt klarer und überzeugender Beweise, dass eine Aussage durch das Opfer drastisch verändert werden würde, wenn es Aussagen anderer hört. Okay, klingt kompliziert, aber ich folge dir noch. Okay. Das Recht, vernünftig angehört zu werden in jeglichen Gerichtsverfahren im Amtsgericht, die sich um die Freilassung, den Einspruch, die Urteilsverkündung oder jegliches Berufungsverfahren drehen. Okay. Das angemessene Recht, sich in dem Fall mit dem Staatsanwalt zu beratschlagen, also in dem Fall, den es betrifft. Okay. Das Recht auf vollständige und zeitige Rückführung, wie im Gesetz vorgesehen, von Gütern, also die theoretisch von dem Angeklagten genommen wurden. Erbeuteten Sachen. Das Recht auf Verfahren ohne unangemessene Verzögerungen und das Recht, fair und mit Respekt für die Würde und Privatsphäre des Opfers behandelt zu werden. Für alle, die mittendrin geistig abgeschaltet haben, wir werden das auch noch auf unseren Instagram hochladen. Ja. Theresa Morris konnte kein einziges dieser Rechte einfordern. Schön. Ja. Mehr habe ich zu dem ersten Fall von John Douglas White nicht gefunden, aber es geht weiter. Das reicht ja eigentlich schon fast. Eigentlich reicht es schon vollkommen, nur leider sind wir schon, also noch lange nicht am Ende. Schade. Im Juli 1994, neun Jahre nachdem Whites Bewährungsstrafe ausgelaufen war, verschwand die 26-jährige Vicky Sue Wall aus dem Comstock Township Neuil Kalamazoo. White hatte seinen Job als Fernfahrer gekündigt und hatte in der Instandhaltung bei Textile Systems Inc. in Ostemo Township gearbeitet, wo Vicky vorher auch gearbeitet hat. White war zu diesem Zeitpunkt immer noch verheiratet, mit zwei Kindern und einem dritten auf den Weg. Und er hatte was mit ihr am Laufen. Ja. Er hatte Vicky Wall auf der Arbeit kennengelernt und die zwei hatten eine Affäre. Was für ein Schmierlappen. Ja. Um drei Uhr morgens am 11. Juli 1994 zeigten Überwachungskameras des Meyer Park Hauses in der Gull Road, wie Vicky in einen schwarzen Pickup Truck zu einem bärtigen Mann einstieg. Es war das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wurde. Oh nein. Kurz nach dem Treffen hat sich White selbst in die Kalamazoo Regional Nervenheilanstalt eingewiesen und wurde dort im September 1994 verhaftet, etwa eine Woche nachdem Vicky Sue Walls Leiche gefunden worden war. Okay, mit welcher Begründung? Übrigens, ich habe meine Maitresse. Maitresse? Geliebte? Geliebte. Ja. Ja. Meine Geliebte umgebracht. Aber ich glaube, er hatte genug Gründe. Wenn man ihn mal wieder anschaut. Er sieht aus wie Bad Santa. Bitte nicht den Weihnachtsmann verunglimpfen. Der damalige Hilfssheriff von Kalamazoo County, Eric Dunithan, war der Erste, der White befragt hatte, weil er ihn auch noch aus der Umgebung von Augusta kannte, wo White aufgewachsen war. White wich ihm aus. Und Dunithan sagte dazu, Zitat, er sagte erst, er wüsste nicht, worüber ich spreche. Er hatte sie nicht gesehen und als ich ihn mit dem Video von ihm da oben konfrontierte, sagte er, er hätte sie da oben gesehen, hätte sie da oben getroffen. Zitat Ende. Ja, ja, klar. Ne, was, was, was? Ne. Weiß gar nicht, worum es hier geht. Worüber reden Sie da? Mr. Mr., den ich noch nie gesehen habe in meinem Leben. Was? Mit der Vicky? Ne, die. Ah, kenne ich nicht. Nie gesehen in meinem Leben. Aber hier ist ein Video, wo sie sie trifft. Ja, ich habe sie getroffen. Ach so, die Vicky. Ja, die, die kenne ich. Ja, übrigens. Die habe ich getroffen, ja. Die habe ich gesehen und getroffen, ja. Aber mehr nicht. Ne. Und sie kenne ich auch nicht. Oh, so ein Lappen, ey, ganz ehrlich. Voll. Und White hat ihm außerdem erzählt, dass Vicky am Leben gewesen wäre, als er gegangen war. Aber Doonathan sagte, Zitat, jetzt schon, ja. Ja. Ich wusste, dass er sie ermordet hatte. Zitat Ende. Ja, no shit Sherlock. Und wir alle so. Innerhalb der nächsten Tage versuchte White sich mit Tabletten und Alkohol umzubringen und erzählte den Detektives später, dass er Vicky während einem seiner Blackouts verletzt haben könnte. Und alle so. Was? Was für Blackouts? Wovon spricht der Typ da? Oh Gott. Nachgewiesene Blackouts oder so? Ja, ich habe voll die Blackouts. Also ich habe nicht wirklich, also keine medizinischen Akten dazu gefunden, die besagen, ja, hat er gehabt. Okay. Ein Detektiv schrieb in seinem Bericht, nachdem er White früh in den Ermittlungen befragt hatte, folgendes. Zitat. John sagte, er hätte Aussetzer und dass er denkt, dass er gewalttätige Dinge während dieser Aussetzer tut. Ich fragte ihn, ob es möglich ist, dass er Vicky etwas getan oder sie verletzt hatte. Er deutete an, dass das möglich wäre. Zitat Ende. Es ist halt so super vage, weißt du, so. Ja, es könnte, also ich habe so Aussetzer und könnte es sein, dass sie da die Verletzte haben. Ja, es könnte, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, aber es könnte sein. Immerhin hat er nicht irgendwie wieder so auf dumm gemacht, so, was, wer ist Vicky? Ich habe jetzt gerade so einen Aussetzer, wer ist das nochmal? Wer sind Sie? Wer bin ich? Welches? Ja. Whites Frau erzählte einer Freundin von den, Zitat, multiplen Persönlichkeiten, Zitat Ende ihres Mannes und wie er, wenn er Dinge tat, Zitat, sich fühlt, als würde er von woanders zuschauen, Zitat Ende. Ich möchte jetzt da nicht weiter drauf eingehen, weil wir hatten jetzt schon den zweiten Kommentar, dass ich jedes Mal das falsch sage, dass es nicht Persönlichkeitsstörung heißt. Es ist eine dissoziative Identitätsstörung. Ja, aber da wird auch näher nichts mehr zu gesagt, da wird auch, also auf diese Zitat, multiplen Persönlichkeiten, Zitat Ende, wird nicht mehr näher eingegangen oder irgendwie weiter erwähnt, also werde ich das auch nicht tun. Okay. Ja klar, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie spekulieren und Sachen diagnostizieren, die gar nicht den Tatsachen entsprechen. Definitiv nicht. Eine weitere wichtige Quelle ist Frederick Nickell. Er verbrachte in den späten 80ern und frühen 90ern Stunden zusammen mit White in einer LKW-Kabine. Nickell hat erzählt, dass er White traf, nachdem er selbst 1894, ja, 1984, so rum, aus der Navy ausgetreten war. Die beiden haben als Fernfahrer gearbeitet und hatten auch beide in der Navy gedient, also hatten sie auch viel gemeinsam, anscheinend. Ganz kurz. Ja. Ich wollte fragen, warum haben die unbestimmte Zeit zusammen in einer LKW-Kabine verbracht? Weil sie beide Fernfahrer waren. In einem Fernfahrauto? Ja. Das macht keinen Sinn und ist ineffizient. Naja, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass entweder einer den anderen angelernt hat. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist, weil in Deutschland hast du halt natürlich auch weite Strecken, aber Amerika sind die Strecken halt viel länger, vielleicht sind dann öfter mal zwei in einem LKW, damit sie sich abwechseln können, weil die Strecken einfach länger sind und du ja nach einer bestimmten Zeit auch Pause machen musst. Ja gut, macht Sinn. Kann ich mir zumindest vorstellen. Wie gesagt, ich weiß, dass in Deutschland fahren meistens ja nur eine Person. Ne, da fährt nur eine Person meistens. Haben wir irgendwelche Zuhörer, die Fernfahrer kennen oder selber sind und uns das vielleicht erklären könnten? Aber das war halt mein Verständnis davon, dass vielleicht halt dadurch, dass die Strecken länger sind, sie sich abwechseln müssen. Ach, die Amis, so verweichlicht. Nicht so wie unsere guten Ostlück-LKW-Fahrer, da ballerst du Kaffee und Energie. Ich meine, wenn du überlegst, dass Deutschland in Texas reinpasst, macht das schon irgendwo Sinn zu sagen, ja, wir haben da vielleicht zwei Deutsche, dann kommen sie vielleicht durch zwei Bundesstaaten durch, immerhin. Ach, pappalapap. So, was brauchst du nicht? Du schmeißt hier einen Kaffee rein und wenn der Kaffee nicht wirkt, dann holst du dir Flieger-Schokolade. Was willst du von mir? Was für eine Schokolade? Liebe Zuhörer, wenn ihr wisst, was Flieger-Schokolade ist, dann schreibt es uns in die Kommentare. Das klingt irgendwie ungesund. Sehen wir es Drogen? Also Flieger-Schokolade ist entweder Scho-Ka-Cola, das ist koffeinhaltige Schokolade. Okay. Oder Meth. Oh. Klauschenhafen. Okay. Wie ihr hört, bin ich kein Drogennehmer, ganz offensichtlich. Drogennehmer vor allem. Ja, ich, oh mein Gott. Hör mal, ich bin, glaube ich, straighter Edge als ein 90-Grad-Winkel. Obwohl du schon ziemlich viele Leute an deinen Tisch saufen kannst, das ist Fakt. Ja, aber ich nehme keine Drogen. True. Kann ich bestätigen. Noch nie genommen. Das könnte ich dir auf deinem LinkedIn-Profil bestätigen. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe noch keins. Ja, okay. Nicole meinte, er kannte Whites Vergangenheit, gab ihm aber noch einen Vertrauensbonus. Während ihrer tagelangen Roadtrips hätte er auch nur einmal gesehen, wie White ein gewalttätiges Verhalten an den Tag gelegt hat. Sie waren wohl an einer Raststätte in Ohio und eine Mitarbeiterin des Straßenverkehramts forderte White auf, einen Platten an seinem LKW zu wechseln. Ich weiß nicht, ob das so einfach geht, aber... Er so, ich wechsle dich gleich. Daraufhin warf White ihr Beleidigungen an den Kopf und Nickel erinnert sich noch genau, dass die Auseinandersetzung ihn überrascht hat. Zitat. Meistens war er ein sehr geselliger, sehr unbeschwerter Typ. Ich habe nie ein solches Benehmen gesehen, das mich hätte glauben lassen, dass er diese Taten begangen hat, außer eben bei diesem einen Vorfall. Zitat Ende. Mhm. Da musste er mir aber auch mal vor Augen führen, wie arg er ausgerastet sein muss. Dass sein Cabo da gesagt hat, ja, du könntest schon Frauen umgebracht haben anhand dieses Ausrasters. Ja, ich denke mir halt auch so, weißt du, die Beschreibung war halt, er warf ihr Beleidigungen an den Kopf, aber dann denke ich mir so, okay, hm. Aber, also, wie krass ist der geplatzt, dass der Nickel sich dann dachte so, hui, okay, vielleicht stimmt das doch alles, was da vorher passiert ist. Ähm, ähm, ich glaube, wir sollten keine Freunde mehr sein, Typi. Er ist richtig krass geplatzt. Also, ich habe dazu nichts weiter gefunden, dass er irgendwie handgreiflich geworden ist oder so, aber muss schon extrem krass geworden sein. Er ist aber auch ziemlich eklig, also von daher, genau. Also, ich weiß nicht, bis jetzt klang er total sympathisch. Mhm, total, bester Kumpel und so. Ja. Nickel zufolge kannte White aber auch die bisschen zwielichtigeren Stops auf ihrer Route sehr genau. Okay. Zitat. Er war irgendwie pervers. Er wusste, wie er mit all den Prostituierten über Funk reden musste. Er wusste, wo all die zwielichtigen Sattelschlepper-Stops waren. All seine Geschichten aus der Navy hatten irgendwas mit Anlaufhäfen und Nucken zu tun. Zitat Ende. Okay. Ja. Spoiler Alert, dieser Typ wird irgendwann Pastor. Just saying. Okay. America. Funke. Zum Zeitpunkt von Walls Verschwinden hat White mit Nickel und einem anderen Kumpel über Selbstmord gesprochen, um seiner Familie den Schmerz und die Verlegenheit eines neuen Prozesses zu ersparen. Wo ich mir denke, vielleicht solltest du deiner Familie ersparen, dass du Leute umbringst. Wie wär's denn damit? Na gut, wenn er keine Kontrolle drüber hat. Ob er ihnen erzählt hat, was er gemacht hat, kam dabei aber nicht ganz so raus. Also dem beiden, also Nickel und dem anderen Typen, ob er denen halt erzählt hat, dass er White umgebracht, äh, dass er auf sie eingestochen hat. Auf sie eingestochen hat. Auf sie eingestochen hat. Auf sie eingestochen hat. Achso, ich dachte, auf die andere eingestochen hat. Nee, nee. Da war, also zu dem Zeitpunkt war Vicky Sue Wall schon verschwunden. Ja, ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob er davon was erzählt hat oder nur davon, was erzählt hat oder auch etwas zu seinem Messerangriff. Ja gut, das kommt dabei nicht so ganz raus, muss ich sagen. Mega. Es ist halt, wie gesagt, das alles, was passiert ist, habe ich mir zusammengestöpselt mit Zeitungsberichten und Online-Artikeln. Das sind die besten Folgen. Ja, weil, wie gesagt, es ist halt kein, also, ne, ich habe mir halt selber die Arbeit gemacht. Es ist halt nichts allgemein bekannt zu, also nicht viel bekannt zu ihm und auch zu dem allen, also in Kohären, was passiert ist. Deshalb habe ich mir das jetzt alles zusammengestöpselt. An dieser Stelle nochmal fettes Log an Paula. Dankeschön. Bup, bup. Nickel sagte, Zitat, er meinte, es würde so eine Woche dauern, dann hätte seine Frau Abschiedsbriefe, die sie rausgeben würde und die alles erklären würden. Zitat Ende. Dieses Zitat hat mich ein bisschen stutzig gemacht, also ich weiß nicht, wie das gemeint ist, dass es jetzt direkt aus dem Englischen übersetzt, dass White Abschiedsbriefe geschrieben hat, die er seine Frau dann geben wollte, damit sie sie rausgibt an die Öffentlichkeit oder so. Also, okay. Das fand ich ein bisschen irritierend, aber ja. Das ist auch ein bisschen irritierend. Ich wollte es nicht weglassen, weil ich fand, es war ein wichtiges Zitat, aber ich wollte nochmal zusätzlich sagen, dass ich mir nicht ganz sicher war, wie das gemeint ist. Du bist auch ein bisschen konfus. Das ist okay. So wie der Typ. Der ist sehr konfus. Am Abend darauf hat Nickel White beim Fahrradfahren am Seitenstreifen gesehen und ein gemeinsamer Kumpel hat ihm wohl gesagt, dass White auf dem Weg wäre, sich umzubringen. Das, was gerade hier passiert, ist ein bisschen auch seltsam. Das, wie gesagt, zusammengestöpselt. Nickel ist dann daraufhin zur Familie von White gefahren. Warum, weiß ich auch nicht genau. Aber als er da angekommen ist, fragte ihn Whites Frau, ob ihr Mann schon tot sei und sie sagte, dass sie ihn verdächtigen würde, jemanden umgebracht zu haben. Wo ich mir denke, A, seit wann kennt Nickel Whites Familie? B, wenn er ihn auf dem Fahrrad sieht und der Typ ihm sagt, hey, der ist gerade auf dem Weg, sich umzubringen, wieso hält er den dann nicht an? You know? Und C, the fuck. Vielleicht hat er erst Sorge, auch so irgendwie angepsychotisiert zu werden. Ich habe keine Ahnung, was da los war, aber auf jeden Fall war das die Information, die ich mir da rausziehen konnte. Sie ist verwirrend, aber sie ist da, also wollte ich sie an euch weitergeben, damit ihr auch verwirrt seid und nicht nur ich. Danke, Paola. Bitteschön. Währenddessen machte es den Anschein, als würden die Detektives der Sache näher kommen, weil, wie wir wissen, die Gisoo Wall ist immer noch verschwunden. Ja. Mit dem bloßen Auge konnten sie in Whites konfisziertem Truck kein Blut ausfindig machen. Darum haben sie das nochmal mit Luminol nachgeprüft. Wow. Für alle, die es nicht wissen, ich denke, Mika weiß es. Luminol ist eine Chemikalie, die blau leuchtet, wenn sie sich mit dem Eisen vermischt, das im Blut zu finden ist. Und tadaa, an mehreren Stellen im Pickup leuchtete es auf. Eine ganz andere Version von Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Aber gut, dass sie es gemacht haben, weil das klang gerade schon so ein bisschen nach, hm, also wir können es mit dem bloßen Auge nicht erkennen, wird schon nichts da sein. Weitermachen, Jungs. Also die Polizei hat eigentlich relativ gute Arbeit geleistet in den Fällen, muss man sagen. Ja. Doonathan sagte zum Blut im Truck, Zitat, er hat ganz gute Arbeit beim Sauermachen geleistet, Zitat Ende. Aber offensichtlich nicht gut genug. Gut für uns. Das Problem ist, damals waren DNA-Tests noch leider in den Kinderschuhen. Und ein DNA-Experte der Bundespolizei erzählte, dass man damals 500 Nanogramm Blut brauchte, genug, um einen Teil eines Geldstücks zu bedecken, und es musste frisch sein. Zitat, es muss sichtbar und eine beträchtliche Menge sein, Zitat Ende, sagte Jeff Nye, der Koordinator des Biologie-Programms für das Michigan State Polizeikriminallabor. Ist das der Bruder von Bill Nye? Ich dachte mir auch, als ich es gelesen habe, ist es Jeff Nye, the Biology Guy? Ja. Das wäre cool. Heutzutage würde ein halbes Nanogramm reichen, und so frisch muss es dann auch nicht mehr sein, sagte Nye weiterhin. Jetzt überleg mal, 500 Nanogramm und ein halbes. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Ein klitzekleiner Unterschied. Eine Quelle, die 1994 den Ermittlungen ziemlich nahe stand, erzählte, dass die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen des Mordes hätte erwirken können, wenn sie hätten bestätigen können, hätte, hätte, Fahrradkette, ich weiß nicht, dass es das Blut von Vicky Sue Wall war. Aber sie konnten es nicht bestätigen. Ja, wie auch. Währenddessen suchten Verwandte von Vicky weiterhin nach ihrer Leiche. Zitat. Ich wusste, dass sie in der Nähe war, weil er nicht viel Zeit hatte, um sie loszuwerden. Zitat Ende. Sagte Vickys Onkel David Axe. Es dauerte sechs Wochen, bis Vicky endlich gefunden wurde. Krass. Kalamazoo County Bewohner Thomas Meskill war auf einer zweisprudigen Landstraße unterwegs, neben dem Zuhause seiner Eltern im 7400 Block der East H Avenue, etwa zwei Meilen vom Meyer Parkhaus, wo wir wissen, dass Vicky Sue Wall das letzte Mal gesehen wurde. Ja. Zitat. Ich habe zwei Schleifspuren auf dieser Seite der Straße bemerkt. Zitat Ende. Er folgte den Spuren entlang der Straße. Zitat. Als ich weiterging, sah ich einen weißen Tennisschuh. Zitat Ende. Ein Pfad abseits der Straße durch ungebogene Gräser führte ihn zu ein paar Damenunterwäsche. Zitat. Genau da, als mich der Geruch traf und ich bemerkte, dass der Schädel sichtbar war, da habe ich mich umgedreht und mich aus dem Staub gemacht. Zitat Ende. Also finde ich es aber ziemlich krass, weil es eigentlich gar nicht so weit weg ist vom Ort ihres Verschwindens. Und dann sechs Wochen lang? Boah. Ja, wie gesagt, hohes Gras und so. Ja, gut. Ja. Schwierig. Vicky Sue Walls Leiche war nackt, bis auf ein Shirt und ein BH um den Hals. Sie war so schlimm verwest, dass nicht mal eine Autopsie ihre Todesursache bestimmen konnte. Der Pathologe hat aber gesagt, dass, Zitat, die Art des Todes auf einen Mord hinweist. Zitat Ende. Das finde ich richtig krass. Also, dass sie so, also ich meine, gut, man muss überlegen, sie ist im Juli verschwunden, es ist Hochsommer in Michigan. Sie ist draußen, wilde Tiere, Wärme, Verwesung. Ja klar, alles. Und trotzdem erkennst du immer noch, dass sie eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Das ist halt richtig krass, ne? Also, mir tut auch der Thomas Meskel ziemlich leid, der halt, also dieses, dass er bemerkt hat, dass der Schädel sichtbar war, war so, okay. Ich bin raus. Traum für immer. Ja. Also, viel zu krass. Die arme Frau. Ja. Aber absolut. Ja. Und alle anderen Involvierten. Ja, total. Wir machen eine kurze Sendepause, um euch unseren heutigen Partner der Folge vorzustellen. HelloFresh. HelloFresh ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung. Eine Kochbox voller frischer Zutaten und leckere Rezepte, die euch bis zur Haustür geliefert wird. Und das ganz ohne Mindestlaufzeit und Verpflichtungen, denn Lieferpausen sind jederzeit möglich, wenn ihr zum Beispiel mal im Urlaub sein solltet. Geht ja jetzt wieder. Ich finde das Konzept echt super und mit HelloFresh komme sogar ich mal von meiner Kaut hoch, um den Kochlöffel zu schwingen. Die Rezepte sind echt einfach erklärt und auch der zeitliche Ablauf haut so hin, ohne dass ich am Ende vor zerkochten Kartoffeln und kaltem Fleisch sitze. Ich habe mich am letzten Wochenende mal für Hähnchen-Soufflaki mit Wildreis, Salat und Tzatziki entschieden und es war wirklich mega lecker. Ja, und das obwohl ich es zubereitet habe. Ja, nur mal so. Klar gibt es ab und zu bei mir trotzdem noch Nudeln mit Pesto, weil ich einfach faul ohne Ende bin. Aber mit HelloFresh kommt wenigstens mal wieder etwas frischer Wind in die Bude. HelloFresh ist außerdem auch sehr nachhaltig. Mit recycelbaren Verpackungen und klimaneutraler Lieferung. Pro Woche kann man auch extra klimafreundliche Gerichte wählen, die 50% weniger CO2 verursachen als herkömmliche HelloFresh-Gerichte. Auch neu sind jetzt frische Blitzgerichte für die Mikrowelle. Wenn man eine hat und wenn man nicht so viel Zeit am Tag zum Kochen hat. Paula hat ja eben schon ein Fleischgericht erwähnt, aber auch für mich und meine Plant-Best-Ernährung ist immer was dabei. Ob es jetzt vegan ist oder vegetarisch oder auch glutenfrei für meinen traurigen Verdauungstrakt. Wenn ihr jetzt mal Lust habt, HelloFresh auszuprobieren, haben wir ein cooles Angebot für euch. Wir können euch 60 Euro Rabatt aufgeteilt auf die ersten vier HelloFresh-Boxen geben. Dabei erhaltet ihr 25 Euro auf die erste Box, 15 auf die zweite und je 10 auf die dritte und vierte. Dafür geht ihr entweder auf hellofresh.de, stellt euch eure Lieferungen zusammen und gebt beim Checkout den Gutscheincode sicher ein. Das ist S-I-C-H-E-R. Oder aber ihr schaut in unsere Shownotes und folgt dem hinterlegten Link. Darüber sind die 60 Euro Rabatt schon aktiviert und dann könnt ihr einfach da bestellen. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin White wegen sogenanntem Open Murder angeklagt. Eine kurze Erklärung dazu, weil ich, also ich wusste auch nicht, was das ist. Und zwar, das Gesetz in Michigan braucht keinen Staatsanwalt, um zwischen Mord und Totschlag zu wählen, wenn eine Strafanklage erhoben wird oder sogar bei einem Prozess. Okay. Ein Staatsanwalt darf wegen Open Murder anklagen, das ist eine Kombination aus Mord und Totschlag und die Geschworenen dürfen den angemessenen Grad anhand der Beweise bestimmen. Okay, also du kannst dich hinstellen und sagen, ich klage dich an wegen Mord und Totschlag und die Geschworenen entscheiden dann schlussendlich, was sie nehmen. Ja. Okay. Anhand der Beweise natürlich. Nicht einfach so, ja, ich will, dass es Mord ist. Ja, okay, okay. Ja, natürlich, okay. Okay. Frederick Nickell hatte eigentlich geplant, für die Staatsanwaltschaft auszusagen. Mhm. Seine Aussage wurde aber abgewiesen, weil er ein oder zwei Jahre vorher eine Hirnblutung gehabt hatte. Okay. Und sie quasi wahrscheinlich seinem Gedächtnis nicht mehr vertraut haben oder so? Ja, gut. Gehe ich mal von aus? Bisschen diskriminierend, aber okay. Ja. White war also erstmal hinter schwedischen Gardinen, also nicht im Gefängnis, sondern halt im Knast. Also, weißt du schon, wäre es bei uns keine Ahnung, Untersuchungshaft oder so? Ja. Von da aus schrieb er seiner Frau einen Brief, in dem er sich schon mal auf ein Leben im Gefängnis vorbereitete. Zitat, ich fühle mich gerade nur ein wenig erleichtert, jetzt wo alles in Gang kommt. Zitat Ende. Der bereitet sich irgendwie auf viele Sachen vor. Knast, Selbstmord. Ich weiß ja nicht, warum bereitet er sich nicht darauf vor, Menschen nicht umzubringen? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Man könnte ja auch einfach mal Nicht-Menschen umbringen. Ja. Wäre ja ganz gut. Er hat außerdem hinzugefügt, dass er jetzt, Zitat, mit der Möglichkeit, dass ich für den Rest meines Lebens ins Gefängnis kommen könnte, Zitat Ende, klarkommt. Und, Zitat, ich komme nicht umhin zu denken, dass es für dich und die Kinder besser sein könnte. Zitat Ende. Wo ich mir denke, ja. Besser für die Kinder und für seine Frau. Es ist auf jeden Fall, nichts könnte besser sein, als wenn du ins Gefängnis kommen würdest. Alter, lappiger, ekliger Sack. Super Lappen. Ja. Ja. Wie so ein ekliger, wie so ein ekliger Lederlappen. Weißt du, so diese alten Fensterlederlappen, die schon zu lange in Gebrauch sind und anfangen zu bröseln. Ja. Aber nicht zu verwechseln mit Lederlappen, das ist das schwedische Wort für Batman. Okay. Wusstest du das nicht? Doch, aber das ist jetzt ein sehr... Hast du dir gerade selber wehgetan bei dem Spagat zwischen diesen beiden Themen? Du hast Lederlappen gesagt und ich dachte mir, Lederlappen... Da findest du Lederlappen. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, okay. Obwohl das ja offensichtlich wie ein Geständnis klingt, verweigerte White erneute Gespräche mit Detectives und auch einen Lügendetektortest. Oh, wow. Wen wundert's? Mich wahnsinnig. Die Staatsanwaltschaft hatte keine handfesten Beweise für Mord, konnte White aber mit der Tat in Verbindung bringen. Das ist schon mal gut. Dieser hat sich zur daraufhin folgenden Anklage wegen fahrlässiger Tötung weder schuldig noch unschuldig bekannt. Also er hat keine Aussage dazu gemacht. Mhm. Nicol sagte, Zitat, ich wusste, dass er schuldig war, Zitat Ende, und meinte, dass er danach seine Verbindung zu weit abgebrochen habe. Dunithin sagte, Zitat, sie hatten das Gefühl, dass sie Glück hatten, das zu bekommen, weil es so lange gedauert hat, die Leiche zu finden. Sie war so verwest, dass sie nicht mal die Todesursache bestimmen konnten. Man möchte ihn lebenslänglich wegsperren, aber wissen Sie, man nimmt, was man kriegen kann, Zitat Ende. Wo er recht hat. Ich meine, ich verstehe es schon irgendwie, dass sie versuchen, ihn halt wenigstens für irgendwas hinter Gittern zu bringen, aber es ist halt einfach zu wenig. Ja. Bei der Urteilsverkündung entschuldigte sich White bei der Familie von Vicky Sue Wall und nannte ihren Tod einen, Zitat, tragischen Unfall. Zitat Ende. Ich nenne das absolute Heuchelei von einem widerlichen Arschlochindividuum, aber da scheiden sich wohl die Geister. Widerlicher Lederlappen. Er hat keine weiteren Details genannt, aber noch hinzugefügt, Zitat, ich liebe Vicky Halt mich fest, ich hau ihm aufs Maul. So, ähm, Herr Richter, kann ich da mal reinschlagen in diese Fresse? Ganz kurz, ganz kurz. Ganz kurz. Oh, ein kleiner, können Sie mal, drehen Sie sich mal kurz um, bitte. Einfach nur, oh, da ist ein Vogel, komm da. Da, hinter Ihnen. Das ist ein Flugzeug, nein, das ist Lederlappen. Lederlappen flügt. Der Amtsrichter von Kalamazoo County, John F. Foley, gab White am 8. Mai 1995 die längste Strafe, die er geben konnte. Okay. Acht bis 15 Jahre im Gefängnis. Warum nicht mehr? Warum kriegt ihr mal so wenig Strafen? Wieso? Foley sagte zu White, Zitat, Ja. Es scheint von ihren vorherigen gewalttätigen Taten gegen eine Frau und dieser unerklärten Gewalttat, dass sie ein gefährliches Level an Selbstkontrolle haben. Zitat Ende. Ja, ach, der Kerl ist ein Psycho. Richtig. Quellen behaupten, dass White später einem Gefängnispsychologen von seinen Fantasien erzählte. Er wollte die Staatsanwältin Carrie Klein und seine eigene Verteidigerin Kathleen Brickley töten und Sex mit ihren Leichen haben. Ähm. Ja. Die beiden Frauen wurden zwar vom Gefängnis darüber informiert, wollten aber keinen Kommentar abgeben, wo ich mir denke, ja, würde ich auch nicht wollen. Ja, was sagst du denn da auch dazu, was sollst du auch dazu kommentieren? Ja, vielen Dank, ich fühle mich geschmeichelt. Mrs. Brickley, Mrs. Klein, was haben sie dazu zu sagen? Zitat, ew, Zitat Ende. Ja, oder mehr sowas wie, geh, weg, das ist ja, äh, 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 why? Voll. Jetzt kommt was, was dich wütend machen wird. Oh, ey. Am 11. Februar 2007, nachdem er fast 13 Jahre für den Mord an Vicky Wall eingesessen hatte. Mhm. War White wieder auf freiem Fuß. Schön. Wieso? Wahrscheinlich wegen guter Führung. Hat er nicht irgendwelche Mordfantasien gehabt, so Leichen, mit denen er Sex haben möchte? Ah. Gefängnisbeamte haben gesagt, dass er während seiner Zeit im Knast in Gruppentherapie war und eine Behandlung für Gewalttäter gemacht hat. Wozu ich sage, yay, du kriegst den Preis für den, für den Menschen des Jahres. Wupp, wupp. Wir sind stolz. What the fuck. Okay. Okay. Ja, okay. Sein Sohn Gabriel White sagte aber, dass sein Vater sich nicht verändert hatte. Zitat. Er wusste, dass er psychisch krank war, aber er weigerte sich, sich damit auseinanderzusetzen und es Leuten zu erzählen, Hilfe anzunehmen. Zitat Ende. Okay. Frederick Nickell hat White nur einmal nach dessen Entlassung getroffen, Jahre später. White hat ihm erzählt, dass er jetzt ein geweihter Priester ist und ihm alle Sünden vergeben worden waren. Nickell sagte dazu aber, ja, I mean, are you fucking kidding me? Und Gott so da oben, are you fucking kidding me? Ja, ich habe mir selbst vergeben. Ja, also, oh, Wut, Paula. Nickell sagte dazu aber, Zitat, wenn es nach mir geht, hat er nicht die richtige Zeit abgesessen. Weil er nicht für das richtige Verbrechen angeklagt worden ist. Ja. Zitat Ende. Da denke ich mir halt so, ja, absolut nicht. Weil es war nicht fahrlässige Tötung, es war kaltblütiger Mord. Ja. Hä? John Douglas White ist schließlich nach Mount Pleasant in Michigan gezogen, wurde dort Pfarrer einer kleinen Kirche und hat sich mit Sally Gay verlobt. Sein Sohn Gabriel sagte, Zitat, er war bis zum Ende komplett verrückt. Zitat Ende. Und dazu sage ich, geil, Gabriel, I like. Weil er hat recht. Ein bisschen. Aber wir sind gar noch nicht am Ende. Oh. Ja, da ist nämlich noch ein Fall und zwar der an Halloween, den, den ich am Anfang ganz kurz erwähnt habe, der jetzt kommt. Ja, so funktioniert das aber nicht. Also wenn du totalen Sünden ablass dir selber gönnst, dann solltest du hinterher vielleicht nicht mehr morden. Ja, ich mein... Ich mein ja nur. Ei, ei, ei. Am 31. Oktober 2012 konnte White seinen Fantasien nicht mehr standhalten. Nach über zwei Wochen Nachdenken und Fantasien und vier bis fünf Dosen Bier, stiefelte er in den frühen Morgenstunden des Halloween-Tages in den Trailer seiner Nachbarin und baldigen Stieftochter Rebecca Gay im Trailerpark in der Coldwater Road im Broomfield Township von Mount Pleasant. Das heißt, er ist nicht nur ein Lappen, sondern er verträgt auch noch kein Alkohol. True. Er schlug sie mit einem Gummihammer auf den Schädel, schlang dann einen Kabelbinder um ihren Hals und zog an, bis sie nicht mehr atmete. Mit ihren letzten Atemzügen sagte sie noch, Zitat, ich kenne dich. Zitat Ende. Dann war Rebecca Gays Leben vorbei. Um seine widerlichen Fantasien zu befriedigen, zog White sie aus, um Sex mit ihrer Leiche zu haben. Äh. Ja. Mit der Leiche seiner Tochter. Zukünftigen. Ja. Wow. Er sagte der Polizei später, dass er glaubte, sie angefasst zu haben, aber er hatte wohl versucht, eine Erektion zu bekommen, hat es aber nicht geschafft. Buhu, du altes widerliches Stück Dreck unter dem Fingernagel der Gesellschaft. Bleh. Ich bin gerade gegen mein Mikrofon gedotzt, aber das, I don't care. Widerlich. Übrigens hat er der Polizei später auch noch gesagt, dass er vorher, also in den Wochen vorher und so, ganz viele Nekrophilie-Pornos angeschaut hat, wo ich mir denke, ich glaube, ich muss mich übergeben. Pfff. Streng genommen ist eigentlich jeder Vampirfilm in gewisser Weise ein Nekrophilie-Porno. Das hilft jetzt nicht weiter, Mika. Zweitens, wieso gibt es eine Sparte für Nekrophilie-Pornos? Kennst du schon das Dark Web? Da gibt es, glaube ich, alles. Ich glaube, ich gehe mir hinterher Bleiche in die Augen kippen. In die Ohren wohl eher. Beides. Augen, alle Körperöffnungen. Wir wollen ja nicht Donald Trump nachmachen. Nein. Ich mache mal weiter. Damit wir das irgendwann hinter uns haben. Ja, bitte. Nach seiner Tat hat White die blutigen Handtücher, mit denen er versucht hat, sauber zu machen, den Gummihammer und Rebeccas Leiche in einen großen Müllbeutel gestopft. Den packte er dann auf die Ladefläche seines Trucks, meinte aber später, der Beutel sei aufgerissen. Den Geldbeutel, das Handy und die Autoschlüssel von Rebecca Gay schmiss er in einen Mülleimer im Trailerpark und fuhr dann mit ihr zur Kreuzung Picard und Coldwater, wo er sie im Wald ablud und sich noch einige andere Sachen von ihr entledigte. Er hat dann noch ihr Auto vor der Bahn-Door-Bar abgestellt, damit es so wirkte, als wäre sie entführt worden. Rebeccas kleiner Sohn Conway, der damals drei Jahre alt war, war während der Tatzeit zu Hause. Oh nein. White hatte öfter auf ihn aufgepasst, weil er natürlich mit seiner Oma verlobt war, und kümmerte sich um ihn, nachdem er seine Mutter brutal ermordet hatte. Er steckte den kleinen Conway in sein Halloween-Kostüm und fuhr ihn zu seinem Vater. Wow. Ja. Was für ein... Ich meine, alles andere ist auch grausam, ne? Aber das ist... Ist einfach nur morbid. Ja. Was für ein biederlicher, ekelhafter... Äh. Diese Pause wird gesponsert von... Ja. Abgekratzter Kaugummi unter der Schulbank der Menschheit. Mhm. Und das ist auch zu gut für ihn. Ja. Laut den Gerichtsakten wurde Rebecca von ihren Kollegen bei der Wohlfahrt als vermisst gemeldet. Also sie hat gearbeitet beim Goodwill. Mhm. Und das wird übersetzt als Wohlfahrt. Ich weiß aber nicht genau, ob Goodwill auch... Ja, Goodwill sagt mir was. Es gibt ja dieses... Das ist ja so, ähm... Das ist, glaube ich, so ein... Ein Department-Store, wo du irgendwie Sachen abgeben kannst, die es dann... Die du... Ja, sowas wie ein Gebraucht-Warnhof. Ja, aber halt für alle Sachen, die dann halt Leute, die halt weniger haben, es für günstigeres Geld sich holen können. Ja, sowas wie, sowas wie, ähm, hier Rotes Kreuz oder... Heilsarmee. Genau. Ah, ja, genau. Ja. Die Wohlfahrt. Genau. Ähm, auf jeden Fall wurde sie von denen als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht zur Arbeit kam. Mhm. Und während die Polizei nach Rebeccas Leiche in einer ländlichen Gegend in Isabella County suchte, ungefähr 137 Kilometer von Lansing entfernt, hat White seine knapp 14-köpfige Kirchengemeinde zum Beten aufgefordert. Mhm. Oder er ist so ein Arschloch. Er rief zunächst die Kirchenälteste Donna Hewton an und bat sie, die anderen Gemeindemitglieder zu kontaktieren und eine Gebetskette zu bilden für Rebecca, die bis dato immer noch vermisst wurde. Hewton sagte, Zitat, er war ziemlich aufgewühlt. Er meinte, die Polizei würde ihm hart zusetzen. Zitat Ende. Das möchte ich auch schwer hoffen. Noch an diesem Tag gestand White, nachdem ihm gesagt wurde, dass die Leiche der Frau sehr wahrscheinlich in dem nasskalten Wetter zerfallen würde. Hewton sagte dazu, Zitat, Ich beteuerte seine Unschuld, bis ich die endgültige Nachricht hatte, dass er gestanden hat. Dann hatte er keine Argumente mehr. Zitat Ende. Sie spielte eine Rolle in der Anstellung von White als Priester des Christ Community Fellowship. Sie sagte aber auch, dass die Gemeinde von Whites krimineller Vergangenheit gewusst hat. Mhm. Zitat, er war absolut zerknirscht. Verschiedene Menschen ändern sich und begegnen dem Herrn und sie werden eine andere Person. Er tat sehr viel Gutes in der Gemeinde. Er tat sehr viel Gutes und Satan wollte nicht, dass er Gutes tat und Satan nistete sich in seinem Kopf ein. Zitat Ende. Wo ich mir denke, nein, das ist alles auf seinem eigenen Mist gewachsen. Da kannst du weder Gott noch Satan für blamen. Das ist einfach nur John Douglas White als Person, als abartiges Stück Kuhmist. Ich finde es immer schön, dass die Leute dann anfangen, ja, er war vom Teufel erfüllt. Nein, er war von Gott erfüllt, wo ich mir denke, manchmal sind Menschen auch einfach von sich aus Arschlöcher. Ja, eben. Ich denke mir so, weißt du, dieses, ah ja, er war eigentlich ein guter Mensch, der von Satan erfüllt wurde. Nein, war er nicht. Nein, er war kein guter Mensch. Kein bisschen. So schön, dass er was Gutes in der Gemeinde getan hat, aber er war komplett vergammelt im Inneren. Ja. Und nee, da hat kein Satan was mit zu tun, da hat auch kein Gott was mit zu tun oder kleine Engelchen oder Dämonen. Nein. Es war einfach nur er als Person komplett kacke. Unterschreibe ich so. Gut. Laut eidesstattlicher Erklärung von einem Polizisten namens Patterson, der White verhört hatte, hatte White ihnen gesagt, sie sollten an der Kreuzung von Picard und Coldwater suchen. Dort wurde dann auch die Leiche von Rebecca Gay gefunden. Hm. Isabella County Sheriff Leo Mioduschewski erzählte der Presse, Zitat, er sagte immer wieder, dass er ein schlechter Mensch sei. Ja. Dass er ein Priester sei, dass ihm die Menschen in seiner Kirche leid taten. Ich kann mich nicht erinnern, dass er echte Reue für das Opfer oder irgendwas anderes an den Tag gelegt hat. Nee, es zahlt nur leider, dass er erwischt wurde. Er sagte im Grunde nur, dass er sich von ihr angezogen gefühlt hat. Dachte, sie war ein sehr süßes Mädchen. Es ist eine verrückte, tragische Situation. Zitat Ende. Wo ich mir denke so, eww, Don. Erstens war sie, glaube ich, wie alt war sie, 25? 24. 24 und damit deutlich jünger als er. Ja, fast. Naja, doch. Er war mehr als doppelt so alt wie sie. Schön. Das war ja 57er Jahre, ne? Ja, also zu dem Zeitpunkt war er 54 oder 55. 55. Wow. Mhm. Ekel. Und du denkst so, du bist mit seinem, äh, du bist mit ihrer Oma, Mutter, Mutter verlobt. Ja. Mensch. Matt Brown, ein Trailerparkbewohner und Nachbar von Rebecca Gay, erzählte, dass er White öfter gesehen hatte, wie er eine Abkürzung durch seinen Garten nahm, um zu Gays Trailer zu kommen. Am fraglichen Tag hat er ihn auch gesehen und meinte, es sah aus, als hätte White Kratzer im Gesicht, als er den Bewohner, äh, als er den Bewohnern erzählte, dass man Rebeccas Auto gefunden hat und sie vermisst wurde. Zitat, äh, es sah aus, als wäre er in einem Kampf gewesen. Zitat Ende. Ja. War er ja auch. Ja, natürlich war er das. Theresa Morris, Whites erstes Opfer, hat sich auch zu Wort gemeldet. Sie sagte, Zitat, Zitat, ich leide mit diesem kleinen Jungen. Ich leide wirklich mit ihrer Familie. Sie haben ihm vertraut, also weiß ich genau, was sie durchmachen. Hm. Ich bin sehr aufgebracht über das System. Zitat Ende. Auch die Verwandten seines zweiten Opfers, Vicky Sue Wall, waren aufgebracht, denn sie hatten vorhergesagt, dass er wieder töten würde. Zitat, oh Gott, es hat mir das Herz zerrissen, weil ich wusste, dass das Mädchen nicht hätte sterben müssen, wenn sie ihn einfach im Gefängnis behalten hätten. Da läuft was falsch mit den Gerichten. Ja. Richtig falsch. Zitat Ende. Das sagt David Axe, der Onkel von Vicky Sue Wall. Vor allem diese unglaubliche Hilflosigkeit, die einen dann so wütend macht, weil sie haben es ja gesagt. Ja, das ist es halt, weißt du, dieses, wir haben es euch gesagt, warum habt ihr nicht auf uns gehört, weißt du? Ja. Und auch Eric Dunithan, der im Wall-Fall involviert war, meldete sich zu Wort. Er hat auch gesagt, Zitat, ich wusste, dass er es wieder tun würde, es war unvermeidlich. Zitat Ende. Weil du halt, du weißt genau, bei so einem Typen, der kommt raus und dann macht er es wieder. Ja. Und dann haben sie ihn halt losgelassen. Warum? Ah, das System. Sehr gut. Beim Prozess bat Sally Gay, Rebeccas Mutter und Whites ehemalige Verlobte, das Gericht darum, dem Mann genauso wenig Gnade zu zeigen, wie er ihrer Tochter gezeigt hatte. Sie sagte außerdem, dass die Familie durch den Tod von Rebecca am Boden zerstört war und nannte ihre Tochter, Zitat, das Herz und die Seele, Zitat Ende, der Familie und dass ihr mittlerweile vierjähriger Sohn Conway am meisten leiden würde. Zitat, 20 unerträgliche Stunden lang beteten wir, dass Rebecca nach Hause kommen würde. Du hattest kein Recht, sie uns zu nehmen. Wie kannst du es wagen? Zitat Ende. Schön, dass sie sich dann noch so am Riemen reißt und nicht irgendwie versucht hat, mit einem gezielten Sprung innen über die Anklagebank, ihm sein widerliches Herz rauszureißen. Welches Herz? Das schwarze Loch in seiner Brust. Das kleine schwarze Klumpenkühlchen, das da rumhängt. White bekannte sich als dreimaliger Gewohnheitstäter schuldig des Mordes mit bedingtem Vorsatz an Rebecca Gay. Ach, bedingter Vorsatz, klar. Naja, dachte ich mir auch so, oh mein Gott, wieso? Paul Chamberlain, der Oberamtsrichter von Isabella County, ordnete eine Haftstrafe von 56 bis 85 Jahren für den 55-jährigen John Douglas White an. Er sagte, er sehe keinen Grund, warum White, der bereits zwei Verurteilungen wegen gewaltsamen Übergriffen auf Frauen hatte, jemals wieder das Gefängnis verlassen sollte. Und dann sage ich nur, wup, wup, Paul Chamberlain, ich stehe da voll hinter dir, Typ. Ja, aber schön, dass es halt jetzt erst so auffällt, ne? Ja, weißt du, nachdem zwei Menschen sterben mussten und eine Frau schwer verletzt wurde. Was soll denn das? Rebeccas Schwester Deborah Gay sagte, dass ihre Familie erreichen will, dass ein Verzeichnis entsteht, in dem Gewalttäter eingetragen werden müssten. Ja. Also quasi wie, es gibt ja schon ein Verzeichnis, wo Sexualtäter eingetragen werden. Laut Deborah könnte ihre Schwester noch am Leben sein, wenn sie von Whites gewalttätiger Vergangenheit gewusst hätte. Definitiv. Auf jeden Fall, ja. Und damit war John Douglas White im Gefängnis. Aber nicht für lange. Oh, ey. Nur vier Monate nach seiner Verurteilung hat sich John Douglas White im Michigan Reformatory in Ionia aufgehängt. Oh. Er wurde am Mittwoch, den 28. August 2013 um 4 Uhr morgens gefunden und um 4.38 Uhr für tot erklärt, nachdem versucht wurde, ihn zu reanimieren. Wieso? Also ich verstehe schon, wieso. Klar, damit er den Rest seiner Haftstrafe absetzt, aber... Nee, ich glaube, du musst... Also es ist ja... Musst du? Ich glaube, ja. Also er hat sich für den Weg des Feiglings entschieden. Gute, gute Sache. Ich wollte gerade sagen. Ich meine, hat er sein ganzes Leben schon gemacht. Was für ein Lappen. Halt echt. Gut. Aber ich meine, ich bin wütend darüber, dass er seine Strafe nicht absetzt, aber ich bin auch irgendwie froh darüber, dass er aus dieser Welt ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, der hätte hinter Gittern versauern sollen, weil das ist ein sehr bequemer Weg aus der Haftstrafe. Das stimmt ja. Vor allem denke ich nicht, dass er in dieser Schritt sonderlich schwer gefallen sein dürfte, weil er ja schon in seiner Vergangenheit Selbstmordversuche hatte. Ja, das stimmt. Ich meine, wie man schon öfter gesehen hat, das war halt einfach, ne? Ja. Einfach, weißt du, du kannst nicht mal zu deiner Tat stehen. Wirklich, John? Wirklich? Ja, und damit komme ich eigentlich, oder bin ich auch schon am Ende. Rebecca ist auf dem Jerome Township Cemetery in Sanford Midland County begraben. Ich möchte aber jetzt auch noch gern die Opfer erwähnen von diesem abartigen Stück verschwendetes Fleisch, wie wir das immer machen. Teresa Morris, geborene Aetherton, die überlebt hat. Vicky Sue Wall, die mit 26 Jahren aus dem Leben gerissen wurde. Und natürlich Rebecca Jane Grey, die einen kleinen Sohn hinterlässt, der auch ein Opfer von John Douglas White war. Oh Mann. Es ist so komisch, dass ich mir, weißt du, die letzte Folge, die ich gemacht habe, ein Diakon, jetzt ist es ein Priester. Was ist nun mit diesen Leuten, die meinen, sie müssen... Irgendwas, irgendwas... Kompensieren. Heiliger als du-Attitüde. Also, keine Ahnung. Ich fände das ganz, ganz schwierig. Ich muss sagen, es ist nicht einer unserer ekelhaftesten Kerle, aber irgendwie finde ich ihn... Ich finde, es sind so vermeidbare Sachen gewesen. Ich meine, erstens 15 Mal auf jemanden einzustechen. Es ist halt Overkill. Und dann diese Kommentare... Es ist halt nicht umgebracht, aber es ist halt trotzdem irgendwo Overkill. Eine unglaubliche Gewalttat und dann als nächstes diese Gewaltfantasien mit, ich möchte Sex mit euren Leichen haben. Dann der erste Mord und dann der zweite Mord, der hätte schon viel, viel früher in irgendeiner Weise, wenn schon nicht ins Gefängnis, dann meistens in Sicherheitsverwahrung gesteckt werden müssen. Ja. Ich meine, ich würde super gern mal was über seine Kindheit wissen, weil ich meine, es muss ja irgendwo herkommen, weißt du? Also, es hat sich ja nicht einfach so, zack, oh, jetzt möchte ich bitte Sex mit Leichen haben. Ja, du... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur durch Pornos kam. Da muss ja irgendeine Grundlage für da gewesen sein, damit er überhaupt offen ist für sowas. Ja gut, manche Menschen kommen schon verdorben auf die Welt. Das ist wie ein faules Ei. Mhm. Also. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch noch irgendwas in seiner Kindheit war. Ich würde... Also, es würde mich interessieren, ich wusste halt nicht, wo ich diese Informationen herbekommen könnte. Ja, Gott, das ist bestimmt interessant zu wissen, aber wie gesagt, manche Eier sind schon faul in der Schachtel drin. Hm, jetzt riecht es hier irgendwie nach Schwefel in meiner Wohnung, komisch. Das tut es auch so. Crowley? Nein, okay, schade. Was ihr nicht wisst, Paula hat eigentlich Hufe. Was ich noch kurz erwähnen wollte, wenn manche Sachen irgendwie ein bisschen aus der Luft gerissen waren oder so, wie gesagt, es ist halt alles nicht komplett kohärent. Ich habe mir das zusammengefügt und so und manche Sachen waren auch für mich nicht ganz verständlich, ich wollte sie aber trotzdem erwähnen, weil ich sie als wichtig empfand. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns gerne über Social Media. Ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten oder irgendwelche Lücken oder Logikblöcher oder sowas. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass ich zu allem was sagen kann, weil es halt eben noch nicht so viele Informationen zu ihm und den Fällen gibt, leider. Aber ihr werdet natürlich versuchen oder Paula wird natürlich versuchen, es alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Richtig. Okay, roll die Outro. Ich roll ins Outro. Wenn ihr sehen wollt, wie diese widerliche direkt unter dem Fingernagel der Menschheit, Kaugummi unter der Schultisch der Menschheit, Bodensatz der Menschheit ausgesehen hat, dann folgt uns gerne auf Instagram unter todsicherpodcast. Da könnt ihr auch gerne in den Kommentaren weitere Vergleiche zu John Douglas White ziehen. Wenn ihr Updates haben wollt, dann findet ihr uns auf Twitter unter todsicherpod. Und natürlich sind wir auch auf dem guten alten Facebook-Vertreten unter todsicherpodcast. Wenn ihr uns ein Thema vorschlagen wollt, einen weiteren Themenmonat oder einfach nur mal eure unendliche Liebe uns gegenüber bekunden möchtet oder uns vorwerfen möchtet, was wir für verdammte Sellouts sind, weil wir uns jetzt von HelloFresh sponsern lassen, die übrigens echt gut sind, dann schreibt uns gerne unter todsicherpodcast at gmail.com. Wenn ihr unser persönlicher Stützstrumpf sein möchtet, dann könnt ihr das tun, auf Ko-fi unter todsicherpodcast. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir einen neuen Halloween-Fall aus dem Trick-or-Treat-Topf ziehen. Bis dahin bleibt seltsam, in Halloween-Stimmung und immer todsicher. Todsicher. Du solltest wirklich mal zur Physiotherapie gehen. Und vielleicht zum Stimmtraining oder sowas. Logopädie. Nein, da war ich als Kind und es hat mich viel gebracht. Ich musste nur mit einem Keks in meinem Mund essen. Äh. Soviel dazu. Oh, Mann. Äh. Ich musste mit einem Keks in meinem Mund sprechen. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber ich weiß nicht. Ich mag Kekse. Okay. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ade. 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 Untertitelung des ZDF, 2020